Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faller Insights, hier aus dem winterlichen Gütenbach. Heute anlässlich des Tages der Modelleisenbahn starten wir mit einer kleinen Serie von vier kurzlebigen Faller Insights-Folgen. Die nächsten drei Folgen werden an den kommenden Adventssonntagen ausgestrahlt. Also folgt und abonniert den Faller YouTube-Kanal und dann verpasst ihr keine der Insights-Ausgaben. Den Tag der Modelleisenbahn haben wir hier heute auch im Haus ausgiebig gefeiert. Hier wurde kräftig gebastelt, gestaunt und gefachsimpelt. Aber es gibt nicht nur etwas für die Leute, die hier zu Besuch waren, sondern auch für euch da draußen. Nämlich tolle attraktive Angebote im Sales-Bereich auf www.faller.de Ja, der Winter ist hier im Schwarzwald zumindest von den Temperaturen her angekommen. Passend zum ersten Adventmorgen gibt es auch dieses Jahr auf vielfache Nachfrage wieder einen Online-Faller-Adventskalender mit vielen attraktiven Preisen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung und ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg. So und als nächstes möchte ich direkt mal die Themen der heutigen Sendung vorstellen. Wir werden uns nämlich unsere neuen Artikel rund um das Thema Winter anschauen und zum anderen die Anwendung unserer neuen Schneeprodukte zeigen. Ja, und dabei wird mich unterstützen mein Kollege Andreas Braun. Hallo Andreas. Ja, hallo Max. Schön, dass wir dich dafür gewinnen können. Ja, auf jeden Fall. Magst du dich mal kurz vorstellen und erklären, was du bei uns hier im Haus machst? Hallo liebe Zuschauer. Ich bin Andreas. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen bei einer Insights-Folge. Ich mache bei uns Marketing und Produktmanagement und bin eben unter anderem für die Neuheiten zuständig, die man jetzt vor uns auf dem wunderschönen Winterdiorama sehen kann. Ja, perfekt. Dann haben wir genau den richtigen Gesprächspartner bei der Hand. Also, dann fangen wir direkt mal an mit meinem Herzstück. Was ich richtig cool finde, ist dieser Bügellift, also Skilift. Schlepplift. Schlepplift, ja. Ja, das ist ein super tolles Produkt, weil wir, wie man hier sieht, nicht viel Platz dafür braucht. Also, da reicht mir so eine kleine Schneise. Und ich kann im Vergleich zu manch anderen Liften den sowohl in so hügeligen als auch ein bisschen höher liegenden Landschaften einbauen und brauche nicht das große Hochgebirge, wo dann die schwere Seilbahn drüber geht. Aber das eignet sich auch wirklich gut für den Hintergrund, um genau so eine Berglandschaft eigentlich ganz nett mit einem kleinen weiteren Highlight auszuschmücken. Ja, und hat natürlich auch noch den Vorteil, ich muss es nicht zwingend in eine Winterlandschaft einbauen, weil die Lifte stehen ja auch im Sommer. Also, wenn mir hinten irgendwo, wenn ich noch ein bisschen Platz habe, kann ich auch wunderbar noch so einen kleinen Schlepplift mit integrieren. Sieht man denn auf dem Bild die Anlage, die hinter uns steht? Hier haben wir eine Anlage, wo praktisch im unteren Bereich eine Sommerszene abgebildet ist und im oberen Bereich, wie jetzt zum Beispiel in den Alpen, trotzdem noch Schnee liegt. Da würde sich zum Beispiel so ein Skilift ganz gut machen. Machen, ja, absolut. Hervorragend. Dann haben wir Schneekanonen mit dabei, die gehören dazu? Die gehören dazu, funktionieren leider im Maßstab noch nicht, aber wir arbeiten dran. Wo du auf die Funktion kommst, ist der Skilift praktisch, ist der motorisierbar oder motorisiert bereits? Also, der ist leider weder motorisiert noch motorisierbar. Aus einem relativ einfachen Grund, weil wir den Einstieg für die Modellbauer so gut wie möglich ermöglichen wollten. Also, dass es nicht so schwierig ist, in dieses Thema reinzukommen. Und zum anderen auch von der technischen Umsetzung schwierig, wenn da unten noch die Figuren dranhängen sollen und auf den Schienen die Piste hochfahren sollen. Dann könnte es natürlich von der Umsetzung sehr, sehr schwierig werden. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Ganze als Standmodell zu machen. Man kann ja auch in der Regel davon ausgehen, ähnlich wie bei unseren Kirmesmodellen, dass praktisch eine Bewegung diese Modelle deutlich aufwendiger macht und damit auch preisintensiver. Richtig, weil man muss ja berücksichtigen, da ist eine gewisse Mechanik dahinter. Ich muss einen Motor mit in die Packung beilegen und muss im Prinzip alle Komponenten, die beweglich sind, dafür auslegen, dass sie technisch für eine gewisse dauerhafte Beanspruchung auch funktionieren. Und so konnte man einfach, als wir die Werkzeuge neu konstruiert haben, wunderbar das berücksichtigen und deswegen auch preislich attraktiv gestalten. Sehr schön, du hast die Werkzeuge gerade angesprochen. Ich habe so einen Schlepplift im Prinzip noch gar nicht in dieser Größe in H0 gesehen. Heißt das, das ist ein neues Modell? Genau, das ist eine komplette Formneuheit. Wir haben Werkzeuge dafür gemacht und gibt es auch so in der Branche nicht. Also mir wäre jetzt kein Schlepplift bekannt, der irgendwo in der Branche draußen so rumgeistert. Ja, sehr schön. Also ich finde das Modell richtig klasse. Für mich als Skifahrer natürlich ein absolutes Muss auf einer Anlage, wo wir gerade von Skifahrern sprechen. Hier sehen wir einige, die auf der Piste bereits unterwegs sind. Ja, also das sind auch unsere Fallerfiguren. Wir haben verschiedene, also wir haben Snowboarder, Skifahrer, auch winterliche Wanderer oder auch einen singenden Weihnachtschor zum Beispiel, der wunderbar auf einen Weihnachtsmarkt passt. Ja, wo du Weihnachtsmarkt sagst, hier vorne im Vordergrund auf der gleichen Anlage haben wir einen schönen Weihnachtsmarkt. Also es ist ja schon wieder Zeit für Glühwein und Co. Ja. Fangen wir mal mit unserem Aktionsset Weihnachtsmarkt an. Dazu gehört unter anderem das Karussell, richtig? Ja, genau das Kinderkarussell und zwei passende Buden dazu in winterlicher Aufmachung, also mit passenden Dekos. Und eben auch dem Schneeset, dass ich das Ganze winterlich einbinden kann und kann im Prinzip mit dem einen Artikel schon ein komplettes Diorama füllen und mir zu Hause dann ins Wohnzimmer stellen. Sehr schön. Dazu passen ganz gut zwei weitere Produkte. Da haben wir einmal neue Weihnachtsmarktbuden hier im Vordergrund. Und was hat es mit dem beleuchteten Baum auf sich? Ja, der beleuchtete Baum haben wir sehr, sehr viele Zuschriften gekriegt. Bei unserem letztjährigen Adventskalender war vorne der Baum mit abgebildet, wo dann die Frage kam, was hat denn der für eine Artikelnummer? Musst man leider sagen, der hat keine Artikelnummer, weil der einfach nur so mit aufs Bild gepackt wurde, weil es schön aussah. Aber da haben wir dann relativ schnell gehandelt und daraus einen Artikel gemacht, den man so zu Hause bauen kann. Also Baum mit der entsprechenden Lichterkette. Und bei dem Buden, bei dem einen Set Buden ist der auch noch mit enthalten. Okay, sehr cool. Also an dieser Stelle direkt mal der Hinweis. Wenn ihr Tipps, wenn ihr Artikelvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder auch per Mail an uns an info.faller.de. Ihr seht, wir nehmen uns das zu Herzen und setzen diese Sachen auch gerne um. Ja, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Namen Aktionsset hängen, weil wir haben noch ein weiteres. Was hat es an sich eigentlich mit den Aktionssets auf sich? Also Aktionssets sind so gedacht, dass mehrere Bausätze in einem Set enthalten sind, die zu einem besonders attraktiven Preis zur Verfügung stehen für unsere Kunden. Und Ziel ist einfach, dass man eine gewisse Gebäudekombination hat, die als Gruppe so gut funktionieren, dass man daraus schon was Tolles gestalten kann, einfach zu einem attraktiven Preis. Und die Sets haben natürlich, oder haben noch die Besonderheit, dass sie limitierte Auflagen sind. Die werden bei uns einmal produziert und wenn sie vergriffen sind, dann sind sie weg. Dann kommen wir direkt zu dem nächsten Set, das wäre das winterliche Bergdorf, hier in der Mitte der Anlage. Genau. Auch hier haben wir ein Ensemble aus drei Gebäuden, also die zwei alpinen Häuser und die kleine Kapelle. Und das ist in der Hinsicht ein ganz besonderes Set oder ein ganz besonders schönes Set, weil wir eben wieder die Schneeartikel mit dabei haben, also unser Schneeset. Und darüber hinaus noch die Eiszapfen, die man teilweise an der Seite sehen kann als Spritzling, kann man sich auszwicken aus dem Spritzlingsträger und dann dahin positionieren, wo man möchte. Ah, schön. Und damit das Ganze noch ein gewisses stimmungsvolles Ambiente gibt, für jedes Haus noch ein Beleuchtungssockel passend dazu. Ja, das ist klasse. Generell muss man ja sagen, dass gerade auf einer winterlichen Anlage so eine Beleuchtung, auch die schönen Straßenlaternen zum Beispiel, wirklich was hermachen und dem Ganzen nochmal ein bisschen einen romantischen Touch verleihen. Absolut, ja. Ja, auf die Details kommt es an. Im Prinzip gehen wir jetzt direkt rüber in den nächsten Teil. Wir haben versprochen, dass wir uns mit dem Thema Schneeprodukte und Schneelandschaftsbau befassen. Andreas, wir gehen mal rüber an deinen Basteltisch. Genau. Gerne. Um so ein winterliches Diorama auszugestalten, kamen viele bei uns auf der Messe auf uns zu und haben gesagt, das ist doch so schwer, so ein schönes winterliches Diorama oder eine Anlage zu bauen, wo ich dann sagen muss, nee, eigentlich ist das Gegenteilige der Fall. Ich muss nichts begrünen. Das einzige Grüne, was ich habe, sind meine kleinen Bäumchen. Ja. Und da möchte ich einmal kurz zeigen, wie man die beschneiden kann und dann später auf seine Anlage einfach unterbringt. Das ist ein guter Punkt. Entschuldigung, wenn ich da nochmal einharke. Wir haben keine Grasfasern. Wir haben keinen Untergrund, den wir ausgestalten. Du hast recht, es ist deutlich einfacher, praktisch das Ganze zu gestalten. Also wie muss ich mir das vorstellen, dass man hier den Untergrund zum Beispiel macht? Also ich baue im Prinzip, so wie ich gewohnt bin, meinen Untergrund, kann mit Spanden und Gips oder auch mit Fels und Geländeschaum zum Beispiel, den auftragen, möglichst glatt und gehe dann im Prinzip einfach darüber später mit meiner Schneefarbe und meinem Schneepulver drüber und habe dann eine komplett homogene Oberfläche, die ich dann quasi als winterliche Fläche schon fertig ausgestaltet habe. Man muss da eigentlich nichts mehr machen. Klar habe ich die Möglichkeit, Übergänge zu gestalten. Wenn man jetzt wie zum Beispiel hier im Hintergrund unten grün, oben Schnee hat, muss man den Übergang natürlich hinbekommen. Aber wenn man jetzt ein reines Winterdiorama macht, ist total simpel. Ich sage jetzt mal, man nimmt sich ein Brett, Farbe drunter, Schnee drüber, fertig und dann kommt darauf noch die Ausgestaltung. Ja, sehr cool. Und du hast die Bäume angesprochen. Also das sieht schon nach viel Arbeit aus, praktisch, diese ganzen Bäume. Natürlich ist ein Stück Arbeit, aber das hält sich wirklich in Grenzen, weil so ein Baum ist sehr schnell gemacht. Das möchte ich dir und unseren Zuschauern da draußen gerne mal zeigen. Wir nehmen uns dazu unsere Schneefarbe und einen Tannenbaum. Und ich fange jetzt einfach an, hier die Farbe aufzutragen. Okay. Einfach willkürlich oder hast du jetzt schon ein bestimmtes Design oder einen Look praktisch im Kopf? Mein Look ist so ein mittelstark beschneidter Baum. Also ich gucke halt, wie sieht es hier bei mir auf der Anlage aus, was hätte ich gern. Und arbeite mich halt dementsprechend vor. Also ich mache jetzt hier oben etwas mehr Schnee, unten etwas weniger. Habe jetzt die weiße Farbe, die Schneefarbe aufgetragen. Ja. Verteile die ein bisschen mit dem Pinsel. Und wenn ich dann mit meinem Ergebnis so zufrieden bin, gehe ich her und streue das Schneepulver direkt in die noch nasse Farbe ein. Und kriege dadurch den schönen winterlichen Effekt. Das ist im Prinzip so ein Glitzereffekt dann. Genau, das glitzert ein bisschen und hat noch dieses, ja einfach diese Schneetextur, dass es realistischer aussieht. Weil nur mit weißer Farbe, so weiß ist Schnee nicht. Und Schnee hat ja auch eine gewisse Reflexion. Und deswegen haben wir hier noch dieses Schneepulver. Und im Prinzip wäre so jetzt der Baum quasi schon einsatzbereit. Ja, super easy. Eine kurze Frage an der Stelle noch. Die Schneefarbe und der Schneepulver ist im Schneeset enthalten. Das haben wir überarbeitet, richtig? Genau, das ist ein komplett, ich sag mal, generalüberholtes Produkt. Einfach für eine bessere Verarbeitung und ja, einfach nochmal besser in der Anwendung. Ja, man sieht ja, es ist sehr einfach in der Anwendung. Jetzt noch eine kurze Frage. Wir hatten vorher das Thema Aktionssets. Du hast gesagt, da ist auch ein Schneeset mit drin für die winterliche Gestaltung. Ja. Unterscheidet sich das von diesem Set hier? Das unterscheidet sich nicht. Also wenn mir mein Schneeset auch ausgehen sollte, wäre es kein Problem. Ich kann das als Einzelartikel nochmal nachbestellen. Okay. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Aktionsset sind. Wir haben ja Häuschen im Aktionsset und da möchte ich gerne noch zeigen, wie man die beschneit. Ja, super. Nimm mir hier wieder meine Schneefarbe, trage die auf und habe jetzt hier meinen Lawinenschutz oder Schneebretter. Gehe jetzt hier einfach mit ein bisschen Farbe drauf. So. Und da, wo mehr Schnee hängen soll, habe ich natürlich dickere Farbe. Ja. Also ich lasse die jetzt hier so ein bisschen auslaufen nach oben. Mhm. Und ist es wirklich einfach so easy, dass du sagst, wenn du mehr Schnee möchtest, packst du mehr Farbe drauf? Genau so ist es, ja. Und gehe jetzt hier einfach drüber. Ja, schön satt. Schön satt, genau. Ich klopfe es dann hier auf die Matte ab und habe dann eine fertig beschneite Oberfläche. Super. Und arbeite mich halt so vor, wie es mir gefällt. Klasse. Also Sie sehen, das Ganze ist wirklich einfach. Wir können nur sagen, probieren Sie es selbst mal aus. Das werde ich jetzt auch machen. Andreas, darf ich mal einen Baum selber ausprobieren? Während du... Ich hoffe, alle anderen sind in Sicherheit. Während du den beschneist, erzähle ich noch kurz eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir hier noch zusätzlich zu dem einfachen Tannenbaum auch mal so einen großen Tannenbaum beschneit. Das geht auch wunderbar. Im Prinzip ist es ja die gleiche Vorgehensweise, oder? Die gleiche Vorgehensweise, nur da gehe ich halt nicht von oben nach unten, sondern ich gehe halt auf die einzelnen Äste, die nach außen zeigen. Dann gebe ich dir hier noch mein... Ich brauche noch ein bisschen Material, aber ich komme gleich zum Pinsel. Ja, danke. Ich mag Schnee. Ja. Und Skifahren. Und Skifahren. So, und jetzt einfach verteilen hier. Genau. Darf ruhig auch ein bisschen klumpig sein. Dann sind es die schweren Äste, auf denen halt der Schnee noch liegen geblieben ist. Ja, cool. Die dicken Äste, genau. Ja, das ist wirklich kein Hexenwerk. Sehr schön. Ja, während wir uns hier kreativ weiter ausleben, möchte ich mich schon mal bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir kommen wieder am 10.12. mit der nächsten Folge Falle Insights. Jawohl. Dort geht es, passend hier zum Winter auch eigentlich, um Berge und Bergwelten. Also, schöne Modelle und den ein oder anderen Landschaftsbau-Tipp von Andreas. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020